Hi Leute, was bei euch gestern passiert ist, ist bei mir jetzt gerade erst 10 Minuten her, deswegen, ich bin noch ein wenig geschockt von den Ereignissen der letzten Folge, so schlimm hat es mein Leben jetzt auch nicht beeinflusst, aber Chloe's Leben wurde umso mehr verändert und deswegen freue ich mich die vierte Episode von Life is Strange präsentieren zu dürfen. Ähm, leider haben wir jetzt gerade das Bergfest schon gefeiert, es gibt nur fünf, das heißt, wir gehen jetzt quasi schon wieder aufs Ende zu, aber für mich ist das Glas im Moment eher noch halbvoll, denn wir haben noch einiges zu erleben, habe ich das Gefühl. Indem wir erstmal auf Fortfahren drücken und das Spiel ordentlich lädt. Ja gut, so schlimm ist die Landezeit jetzt auch. Vorher auf Life is Strange. Wow. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du mitverlässst. unter dir immer wiederum, Freak! Let's talk about your superpower. Was are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Frau Caulfield, bitte, erzähl uns alles. Das ist es. Listen. Ich habe Bilder von Rachel und Frank... ...being... ...mehr als ein Freund. Ich kann nicht glauben, dass sie Frank war. Rachel straight-up lief zu meinem Gesicht. Warum sie nicht sagen? So, wer du most willst zu blame? Mein Vater, natürlich. Hallo? Nein, du nicht. Ihr wisst, was es ist für dein Vater zu kommen, wenn du ein Kind bist? Ich bin seitdem, mein Leben ist in verdammt. Chloe, ich bin großartig. Wir sind großartig. Hallo? Are du even listening, Maxine? Das ist total verabschied. Was habe ich noch verändert? Max Caulfield. Hold on. Chloe! Du hast ein Visitor. Shit, Alter. Ach, nee. Jetzt geht's los. Der übliche Hinweis. Ich wähle weise. Ich wähle nie weise. Das war eine sehr unweise Entscheidung. Ich... Nichts gegen ihren Vater, aber ich hätte lieber Chloe als Ganzes. Ich... Es ist... Es ist... Ich... 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 Ente... Montag. Nichts gegen ihn. Es ist... Taht. Ente... Taht. thrust Ente... 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 Musik Musik It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. So, Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Uh, pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in a SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Uh, never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe. I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. Um, my nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word. No offense. None taken. It's also querschnittsgelähmt nach einem Autounfall. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe. You're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even have to be. Trust me. I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, uh, need to get my drink on. Can you, can you bring me some water? Oh, the snowdough. I guess not everything changed. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Max is... At least Chloe doesn't weigh that much. Oh, man. She has to use that ventilator just to breathe. I still can't believe I put Chloe in that chair. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. It's nice, my parents sent a card at least. Chloe, we love you and you're always in our thoughts and hearts. We hope you'll see you soon. We'll see you soon again. Good luck with Ryan and Vanessa Coralfield. There's no date on. I wonder who this is. Kind of a generic card. I think it's nice. I'm sorry. I'm sorry for Chloe. It's so bad, what's going on. I'm here for you, if you're going to need something. I hope you'll see you soon. Megan. I was not very available to Chloe. Really nice. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. There's the old Chloe. The other Chloe, we're all better. That is so incredible. And she can browse CatReady was on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. Hot Wheels Chat. Hot Wheels. Boom. Willkommen im Hot Wheels Chat. Handybot. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in ihrer Verantwortung, sich mit den Regeln in unserem Chat vertraut zu machen. Punkt. Miss Blue. Ah, sie mag Blue immer noch. Also blau. Ne, so die Farbe. Was machst du gerade, Ignatius? Mit dir reden. Ignatius ist bestimmt so ein 50-jähriger Glatzkopf-Fettsack, der irgendwo einfach nur Mädels klar machen will. Dummerweise in einem Forum, das offenbar für Behinderte ist. Also hat er einen ganz besonderen kranken Verstand. Oder es ist ein netter Typ, der einfach nur reden will. Was machst du gerade? Mit dir reden. Aha. Ohne Witz. Ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. OMG. Liebe es. Scott Bakula ist super. Scott Bakula. Zurück in die Zukunft ist ja der Film. Aber was ist denn Scott Bakula für eine Figur? Gibt es irgendeinen Scott im Cast von Zurück in die Zukunft? Hm. Keine Ahnung. Ignatius, das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zu Physio. Ich melde mich. Du schaust da wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo? Oh ja. Wow. Chloe kann total kontrollieren, unsere Computer. Es ist so großartig, dass Leute diese High-Tech-Hilfe bekommen. Mann. Joyce und William haben ein ganz neues Bett für Chloe gebaut. Sie sind so großartig. Inzüglich der Chloe einen Bong schiebe ich ihr Wasser. Darf ich ihr eine Wahl geben? Das muss sie sein, sie zufrieden Morphine-Maschine. Keine Bongs für sie. Warum immer Bong, Alter? Das ist doch eigentlich ganz gut, dass sie jetzt zumindest keinen Scheiß mehr raucht. Das war's. Shopper, Buttercup. Bringen Oh, man. No wonder mein throat ist dry. Ich glaube, ich habe ich nicht so viel reingehaut. Hast du gedacht oder ein Podcast? Ich gedacht, ein Podcast versuchst. Jetzt. Ein Podcast? Dude, ich bin ein Pod und ein Cast. Böre. ouch. Es war nur ein thought. Ich weiß, dass du einfach nur um Hilfe hast. Ja, das ist ein schlechtes Habit von mir geworden. Du bist jetzt wie ein Kind. Es scheint, als wir ein Kind in eine andere Leben waren. Was du von uns als Kind? Wir alle haben verschiedene Erinnerungen. Ich denke, uns als kleine Piraten, rauf und rauf durch die Arcadia Bay. Ich auch. Aber wir sind noch Piraten in unserem eigenen Weg. Ja, genau. Schau mich an, Chloe des Carribeins. Kein Weg wird ich jetzt auf einem fucking Boot kommen. Unless du mit mir bist. Wie du siehst, kann ich nicht alle meine anderen Freunde wegnehmen. oder eher noch, glaube ich, wehtun. Du hast mich. Ich werde dich nicht verlassen, Chloe. Well, du hast mich nicht viel besucht. Ich meine, ich liebte deine Cards und Fotos, aber... Ich weiß, ich war nicht viel dabei. Keine Entschuldigung. Ich bin ein Verlust. Aber ich versuche, dass alles richtig ist. Wie? Ich weiß, du bist nicht super, Max. Und ich versuche nicht zu guilt trip dich. Das ist das, was meine Eltern sind. Ich weiß, das ist eine dumm Frage, aber... Ich weiß, dass du hier bist. Ja, dumm Frage. Ich weiß nicht, dass ich alleine bin. Ich kann genau gehen wie ein Rockstar sein, doch. Oder gehen in 18 in Trouble mit den Leuten. Ich denke, Joyce und William sind unglaublich. Max... Der accident ist so schwer auf sie. Our insurance sucks. Und die medical bills sind fucking insane. Ach, das mit dem Bezahlen, Alter, jetzt. Ich wüsste, ich möchte es wissen. Also, was soll's, frage ich halt. Können sie alle die Bälle bezahlen? Kein Weg. Sie halten die Zahlen von mir, aber es dauert nicht viel Forschung, um herauszufinden, dass ich meinen Eltern fast ein Million Dollar pro Jahr koste. Chloe... Du bist preislos. Ah... Kein Verlust. Du bist so ein Geist. Ich liebe dich. Wie ich liebe dich. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Wie ich bin eigentlich ein System. Ich bin ein Unserverlässer. Es wäre schön, wenn ich dich mit mir spüren. Und wenn ich mich so gern mit meinem Haus verratzen. Was wollen Sie? Ich denke, ich bin in einen Mellow Blade Runner. Ich schreien mir. Ich schreien mich an dem Ende. Ich wusste immer, dass ich immer cool, coloreds bangs wie Pris. Ich weiß. Du würde wirst mir incredible. mit blauem Haar. Jetzt kommen wir diese Show auf die Straße. Und du besser nicht schlafen auf mich, wie du immer, wenn wir Filme sehen. Ich erinnere mich, Max. Ich schwöre, ich werde nicht schlafen. Nicht, wenn du hier bist. Nicht noch. Oh mein Gott. Ich habe das Mix für sie, als wir zwölf waren. Kann ich noch mehr Schubladen öffnen? Hier ist die DVD. Jetzt haben wir eine Filmzeit. Warum nicht? Filme sind super und bringen Menschen zusammen. Was sagen Sie? Was die Idee? Was sagen Sie, die Frage! Was meine Kinder? Das war's für heute. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me. And Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck, um, I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's, uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. Um, my parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can't, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Nothing but medical supplies. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Wow, sir. Chloe was a straight-A student. She could have gone to any college. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Sehr geehrte Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor. Ach, das sehr scheiße. Jetzt muss ich wieder. Als Direktor stehe ich ihren zahlreichen Anfragen zu Chlois besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus und Schulgebäude vor 1977 errichtet und sind noch nicht in modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswertes Zustands nötig sind. Bedauernswert weiß ich so. Bedauernswert an. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung nicht mehr viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Akademie auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Puh, das ist ja gerade irgendwie schwierig. Chloe ist zweifelslos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H-West-Miscan-Tonic-Institut in Bolton als passendere und bereicherende schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderungen und ich weiß, dass Chloe dort akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miscan-Tonic-Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in den Erwerbungen ziehen, da ich sicher bin, ihre Tochter wird eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Wells. Das hat sich jetzt ein bisschen, er hat sich jetzt glaube ich nicht so angehört wie ein echter Direktor Wells, sondern wie so ein komischer Junkie. Aber warum hätten wir sie das Geld für die Behindertenstiftung klauen lassen sollen? Das hat doch jetzt überhaupt damit nichts zu tun, dann hätten die doch noch weniger Geld gehabt. Den Satz muss man nicht verstehen. Wow, Sir. Chloe war ein straight-A-Student. Während alles, sie sind noch eine glückliche Familie wieder. Es ist cool, dass in dieser Realität Chloe auch wirklich liebt, Skatee zu sparen. Tray, Flip oder Sturz. Aha. Mhm. Ich bin so glücklich, dass wir unsere Film-Night hatten. Selbst wenn du mich auf mich kraschst. Das ist, warum sie kreisen. Also, sind Sie sicher, dass es nicht zu wunderschön ist, dass du mit mir mit mir zusammenhängst? Wenn ich, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, aus Smacks Perspektive ein wenig, weil sie sie ja laufend gewöhnt ist und nicht verletzt, aber so generell nicht. Kein Weg. Ich will nicht, dass du wunderschön fühlst. Meine Leben ist einfach so anders als deine. Ich meine, wir können nicht einfach rauskommen, und ich werde nur mit mir verletzt, in einem Schmerz. Also, das ist cool. Aber ich fühle mich sehr glücklich, dass ich die Meer sehen kann, dass ich meine Eltern liebe, und dass mein bester Freund hier mit mir heute ist. Genau. Also, was noch was du brauchen? Well, hot monkey sex wäre schön. Oh, look. Ich habe Maxine bluscht. So, are you dating anyone at Blackwell? Not really, no. There are some cute boys there, but you know me. I'm too damn shy. Which is stupid, because you're so damn cool. Some bro has to be crushing on you. I was supposed to go out with this guy named Warren, but... I don't think he's into me anymore. His loss. You need to move on, girl. Plenty of fish in the bay. Shit. I sound like my dad. How's William? Do you... like having him around? Of course. He's my hero. I swear he would do anything for me or mom. Wish I could do something for him. You have. You're here with your family. More like they're here for me. But then so are you. So it's all good. Sorry, I need to rest for a moment. Okay. Okay, ich hol dir deine Drogen. Ach ja. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Sanitätsartikel Kronenberg. Überfällige Zahlung. 8.500 Dollar. Was? Alter. Ich will es einfach klauen. Bonjour. Sure. Das ist großartig. Sie sind endlich in Paris. Victoria. Ah, jetzt habe ich auch andere SMS, ne? Max, bist du beschäftigt? Vermeide Hausaufgaben wie immer. Ich sagte doch, ich helfe dir. Du lässt mich noch nie. T.O.T. Was auch immer das heißt. Wahrscheinlich total ohne Tod. Oder sie hat einfach nur Tod geschrieben, weil jemand Tod ist und hat das netzte T aus Versehen groß gemacht. Okay, lass das drama. Du hilfst mir für deine bloße Existenz. Ich versuch's. Und ich habe das super Gras von Du weißt schon, wem besorgt. Nur zur Info. Bewahr was für mich auf. Muss weg. Bis dann. Komm halt ab in mein Zimmer. Max, alles cool. Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstille. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Und ich hasse Victoria immer noch. Jetzt hasse ich sie noch viel mehr. Das gibt's gar nicht. Auf einmal ist sie nett und ich hasse die mehr als vorher. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Wir müssen über einige deiner Rechnung reden. Bist du da? Ja, gib mir etwas Zeit zu antworten. Ich kann nicht im Unterricht texten. Einige Lehrer werden mega pissig, wenn man sein Handy rausholt. Ja, weil es extrem unhöflich ist. Und sei nicht so zickig zu mir. Entschuldige. Ein langer Tag mit Hausaufgaben. Ich scheiße es drauf, die Stimme zu verstellen. Ist mir zu doof. Du bist... Ach, egal. Du bist nicht die Einzige. Deswegen haben wir uns gefragt, ob du so viel ausgeben musst. Wir möchten, dass dir nichts fehlt, aber dein Spendium deckt nicht alles ab. Du hast gesagt, ich könnte deine Kreditkarte benutzen, wenn ich sie brauche. Ich habe nur Filme gekauft. Keine Kamera. Vielleicht wird es Zeit auf digital, um zu steigen. Ich rufe dich später an. Muss los. Schmollnicht. Ich liebe dich. Hey, Liebling. Ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten. Aber er tränkt sie auch nicht. Okay, einiges ist hier genauso wie immer. Ist die... Okay, die SMS ist dieselbe. Taylor. Max, danke noch mal, dass du mit mir Mama besucht hast. Was? Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Ich denke nicht. Deine Mutter ist eine Kämpferin wie du. Ja, klar. Ich habe geflammt wie ein kleines Mädchen. Ich auch. Du hast es nur nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde. Mein dämliches Handy ist gleich alle. Also, ruf mich zurück. Aha. Was auch immer mit der los ist, dass die heult. Nathan. Jojo, Max, bist du da? In der Dunkelkammer. Entwickle Fotos für den Wettbewerb. Cool. Also, kein Two-Wales für dich. Noch nicht. Ich sehe dich später. Euch. Peace. Vielleicht wollte ich es aber auch anders betonen. Nach dem Motto... Cool. Das kann auch sein. So. Chloe. Hallo, Max. Dies ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kannst du diese Nummer benutzen. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald. Fünf Monate später. Hey, Chloe. Max, Sie sind hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf Blackwell Academy gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max ist zurück. Blackwell? Das ist so super. Du bist klasse. Aber am besten ist, wir können wieder rumhängen. Also ja, meine Nummer stimmt noch. Cool. Ich habe einen Haufen Hausaufgaben, aber wir sehen uns bald. Und im anderen Chat zu Victoria sagte, sie will keine Hausaufgaben machen. Was eine Lügnerin. Lass mich nicht zappeln. Es ist schon zu lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. Smiley. Alissa. Der hat auch so eine Männerstimme, ne? Hey Max. Es ist eine Schande, dass du mit diesen Leuten rumhängst. Ich dachte, du wärst anders. Alissa, ich habe gesehen, wie du Klopapier nach mir geworfen hast. OMG. Ich habe so nicht auf dich gezielt. Ich schwöre. Tust nie wieder. Okay. Also im Grunde hassen uns jetzt die Leute, die wir vorher mochten. Und umgekehrt. Das ist nicht so schön. Und da fehlen uns tatsächlich noch zwei Fotos. Einmal von einer US-Flagge vor unbestimmtem Hintergrund. Und einmal von einem Insekt. Eine Ameise. Da gucken. Hier müssen wir auch ein paar Fotos machen. Ach, die Fotos werden wahrscheinlich immer schwieriger zu finden sein. So wie ich das Gefühl habe. Mhm. So. Aber die Fotos sagen hier auch leider nicht viel aus. Nur werden wir mit Sicherheit nochmal in die Schule gehen. Weil ich da rechts ein Skelett sehe. Dallastark. Ach, jetzt haben wir... Wir haben ja jetzt ein neues Tagebuch. Ja, Seite 1 von 1. Was... Was eine Verschwendung. Gut, dass ich die ganzen anderen Seiten schon gelesen habe. Sonst wären wir jetzt... Zack. Weg damit. 4. September 2013. So viel zu tun, wenn ich nur die Zeit anhalten könnte, um all die coolen Sachen zu beachten, die passiert sind, seit ich wieder in Arcadia bin. Blackwell rockt. 21. September. Oh ja, ich bin älter und dank Vic und Nathan auch modischer. Sie überraschten mich mit einem schicken Porkpie-Hut aus Stroh. Verpackt im Furushiki-Stil. Na? Beste Geburtstagsparty aller Zeiten. Und betrunkenste. Kann ich schlafen. 4. Oktober. Liebes Zeigebuch. Kennst du mich noch? Zu Beschäftigten schreiben. Muss Fotos machen. Muss leben. Muss Freunde finden. Sollte mich bei Chloe melden. Aber zuerst Vortex. Die Party beginnt. Zu eine Scheiße. Ich... So langsam hasse ich Max. Auch so wie vorher alle. Sollte ich die Zeit zurückspulen? Oh shit. Ich glaube ich habe zu weit zurückgespult. Ich muss jetzt noch mal mit ihr reden. Damit ich hinterher mir nicht... Damit mir nicht vorgehalten wird. Dass ich nicht mit ihr irgendwie geredet hätte oder so. Ja, ich nehme dieselbe Entscheidung. Was soll's? Ich habe mich gerade entschieden jetzt. Ich muss ja nicht immer alle Wege ausprobieren. Zack. Die Sachen gucke ich mir jetzt nicht nochmal gesondert an. Bonjour. Das ist großartig. Sie haben endlich zu Paris. Verdammt. Das ist nur für Chloe's basicen Beispiele. Oder mit Chloe nochmal über Paris zu reden. Aber das können wir auch in der nächsten Folge machen. Erstens muss ich aufs Klo. Und zweitens ist die halbe Stunde erreicht. Wie praktisch. Doppelt gut. Und doppelt gut heißt immer... Also das heißt jetzt nicht automatisch, dass die Bewertung auch gut sein muss. Aber kommt schon. Wenn es nicht so wäre, dann wären wir nicht glücklich, oder? Ich zumindest. Also jemand. Sagen wir mal jemand, wenn ich glücklich. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Aber ihr wollt morgen weiter gucken, ne? Ja. So weit wird es wahrscheinlich auch kommen. Bis dahin. Ciao.